Herzlich Willkommen zur dieswöchigen Sonntagsausgabe von Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. Wir haben uns das letzte Mal... Moment. Wieso zur Hölle ist mein Fall schon wieder gelöscht worden? Es ist... Ah! Ich habe gestern aufgenommen, für Samstag, heute für Sonntag. Gestern war das Fall noch da, ich habe seit dem Binding-Fall nicht gestartet, das war jetzt schon wieder gelöscht worden. Keine Ahnung, was da los ist. Ich kriege Hass. Egal. Unser Let's Play The Binding of Isaac ist zum Glück hier und wir haben Magdalene freigeschalten, Kane freigeschalten, Judas freigeschalten, E freigeschalten, Samson, Azazel, Lazarus, Eden und den Random Button. Wir haben jetzt alle Charaktere freigeschalten. Wir haben mit Isaac das Moms Heart und Satan geschafft. Wir haben mit Kane Moms Heart und Satan geschafft. Wir haben mit Judas nur Moms Heart geschafft. Und ansonsten sind wir ziemlich mau. Das heißt, wir hatten zuletzt mit Eve gespielt, dann gestern mit Samson. Das heißt, wir spielen heute mal mit Maggie und machen mal der Reihe nach so jetzt endlich mal alle Moms Heart Kills wenigstens durch. Das ist wohl das Mindeste, was wir hinkriegen sollten. Maggie hat vier Herzen, wie ihr seht. Wir haben das Yum Heart. Das heißt, wir können uns einen Herzcontainer befüllen. Pro Mal einsetzen. Aber sie hat wahnsinnig wenig Damage. Moms Eyeshadow Charm hier ist. Naja. Ist jetzt nicht so pralle. Der große Nachteil, den ich an Maggie sehe, ist einfach, dass sie extrem langsam ist und dafür extrem wenig Damage. Vergleichsweise. Klar, sie ist der Tank sozusagen. Ich brauche eine Bombe. Hier ist ein Tinted Rock. Oh, das sind so viele Münzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Maggie ist sozusagen der Tank, weil sie eben so viel Leben hat. Aber viel Leben gegenüber wenig Schaden ist immer so ein... Oh. Oh. Ja, das würde ich sagen, nehmen wir uns dann nach dem Bossfight. Und Larry Jr., ja, das ist ja eigentlich kein Thema. Wenn sie einem nicht gerade vor... Oh, sie haben sich tatsächlich gegenseitig getötet gerade. Also die Charm-Tiers bringen dann doch was. Wenn die Verliebten in uns sind, dann greifen sie andere Gegner an. Das ist bei Boss-Gegnern, die zu zweit auftauchen. Hier ist eben die Larry Jr. Brothers. Extrem cool. Wir kriegen nochmal HP ab. Aber ansonsten vielleicht die Charm-Tiers einfach, wenn einfach nur wenige Gegner in einem Raum sind, extrem nutzlos. Ganz ehrlich. So. Wir haben keine Bombe. Wir haben nur einen einzigen Schlüssel. Ich hätte gerne eine Bombe für den Tinted Rock da drüben. Aber wir dürfen das Eternal Heart nicht vergessen. Das heißt, wir haben sechs Herz-Container, solange wir das jetzt dicht an den Dingern verloren hätten. In Ebene 2. Das ist nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Aber naja. Ich hätte trotzdem gerne Damage abgehabt. So, und da können wir auf jeden Fall reingehen, weil wir uns sowieso gleich wieder hochheilen können. Und da sind nur zwei Bumpen drin. So, ich setze das trotzdem mal ein, damit wir es mal getan haben. Keine Ahnung, ich bin einfach kein so ein großer Fan vom Jam-Hard. Klar, man kann sich einmal heilen, aber wenn die Herz-Container voll sind, dann ist das Item nutzlos. Und wenn man ein wirklich guter Spieler ist, und auch ein bisschen Glück hat mit den Items und so, wisst ihr ja, dann behaupte ich einfach mal, ist das Jam-Hard-Night-So nutzlos, weil man fast keinen Schaden kriegt. Und wenn, dann hat man so viele Seelenherzen hinten. Da ist schon wieder ein Center Drop. Oder eine Münze. Und der Spill-Lunker-Helmet. Ja, Spill-Lunker-Heads. See-Through-Dolls. Das heißt, wir kriegen jetzt einen Voice-Indikator, wenn wir in den Raum betreten, ob sich nebenan ein Secret Room befindet. Beziehungsweise wir sehen ihn auf der Karte da unten. Und wir wissen, was hinter den Schlüsseltüren ist. Wie zum Beispiel jetzt rechts. Hätten wir auf der Map sonst nur einen Schlüssel angezeigt bekommen. So sehen wir, ah, da ist der Shot. Das ist immer so mühsam gegen die. Pam, pam. Ach Gott, der war schrecklich. Pam, pam, habe ich gesagt. Pam! So! Heck mit dir! Ähm, wir haben nur eine... Das ist wieder traurig, weil wir so wenige Drops kriegen. Kein Damage in den ersten... Kein Damage auf die ersten zwei Ebenen. Keine richtig guten Drops allgemein. Keine Bomben für die Secret Rooms. Hier haben wir eine Kiste. Vielleicht haben wir ja Glück. Betonung auch. Vielleicht haben wir ja Glück. Nein. Da ist noch ein Tinted Rock. Wir haben keine Bomben. Zwei Tinted Rocks auf der Ebene. Und keine verschissenen Bomben. Ich... Neh mal die... Oh, Soul Hearts. Ja, Alter! Das... Maggi ist einfach so anfällig, Herzdrops zu kriegen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe natürlich schon andere Runs mit Maggi im Original gehabt. Und auch hier im Rebirth in meinem... Safe State, dass sie immer wieder gelöscht wird. Aus Gründen. Ja, genau. Der Monstro... Bäh. Genau, greif mal. Genau. Mach mal die Fliegen weg. Genau. So ist es brav. Komm schon, Charming Tears. Charm, 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 Charm. Jetzt mach ihn wieder verliebt. Dieser Eyeshadow hat eine viel zu geringe Prozentzahl. Jetzt. Brav. Mach den Fliegen kalt. Ja, genau. Dann, wenn so eine Kugel mal kommt und die trifft, dann gibt es auch noch eine gewisse Prozentanzahl, ob die Gegner dann wirklich verliebt werden. Wow. Okay. So. Jetzt nur noch Monster ein bisschen austricksen. Wunderbar. Wir kriegen... Caffeine Pill, Speed Up und Size Down. Und unsere Augen zittern. Und eine Pille noch dazu mit Speed Down. Spinnis und Lil Brimstone und Gubbies Head. Nehme ich auf jeden Fall viel lieber mit als das Arzt und Lil Brimstone ist halt Brimstone bei einem Baby. So. So haben wir zumindest ein bisschen mehr Damage, als wir es so hätten. Wir haben zwar nur noch die Hälfte unserer Herzcontainer, was aber immer noch den Standard Herzcontainern der anderen Charaktere gleichkommt. Was im Umkehrschluss heißt, so schlecht ist das jetzt nicht für mich. Oh nein. Meine absoluten Hassfächer. Ich habe viel zu viel Leben für das, was sie... Ach, sie sind einfach... Die springen einfach random, wie diese komischen Spinnen laufen. Die sind einfach nervig ohne Ende und sie ziehen die auch noch Geld raus, wenn wir... Ja, wir haben zwei Münzen. Drei, aber trotzdem... Nein, 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 nein. Vielleicht merkt man es, ob ich will mit meinem Brimstone Baby die Leute jetzt mehr killen, weniger mit meinen Tränen. Den Schlüssel hebe ich mal noch auf. Für den Item Room, der irgendwo sein müsste. Und wir haben tatsächlich eine Bombe. Und Schlüssel. Wo wir nicht hinkommen. Ich hätte ihn gerne für die Goldkiste. In den Goldkisten können ja viele Items drin sein. Und da hinten haben wir den Challenge Room. Ja. Boah, okay. So geht es auch. Oh. Alter, das ist... Ich habe mit diesem Item... Wir haben noch nie was anfangen können. Man hinterlässt halt so eine... Limo-Pfütze. Ne? Limonade. Und... Die Damage dann... Wahrscheinlich nicht mal so schlecht, aber... Der... Wisch... Dieser... Dieses Spermium, wie wir es... In unserem Weihnachtsspecial hatten. Ja, ja. Der Whip-Bomb. Wisch... Der... Gibt uns... Äh... Shot-Speed ab. Und... Ich glaube auch... Range-Up. Ja, Range-Up dürfte es auch noch sein. So, dann... Gehen wir... Hier rein? Habe ich hier irgendwo einen Zinted Rock? Mir wäre jetzt keiner aufgefallen. Hm. Vielleicht können wir es ja so machen. Ja. Dann greifen wir die Münzen noch ein bisschen ab. Die wir hier auch gleich wieder einsetzen können. Ich hoffe auf... Eine Pretty Fly. Oder auf mehr Münzen, damit wir länger spielen können. Wow. Ungefähr mal gar nichts. Alter, das ist ein schlechter Witz. Ein schlechter Witz. Hey, die Witzka. Hier ist auch kein Tinted Rock. Na gut, dann... Garly Junior. Au. Shit. Au. Am liebsten selber gerne Brimstone. Weil die... Ja, Alter. Die Hitbox von dem hier ist viel zu fett. Alter, ist... Ist ja gar nicht. Das will ich aber auch sagen hier. Pageant Boy. Mit einem Haufen Münzen. Das nehmen wir auch noch mit. Wir holen uns wieder ein paar Fliegen. Und gehen nochmal in den Secret Room. Mit einem sieben Münzen. Und hoffen, dass etwas Gutes dabei rauskommt. Eine Pille. Und hier... Oh, ja. Wo ist das? Na ganz cool. Also im Pillen Pool in diesem Run. Ist es nicht so toll. Ich meine, wir können nur noch so schießen. Jetzt sieht man das ja nicht mal. Das ist jetzt nicht so cool. Eine Schüssel. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich brauche doch keine Herzen. Mann. Ja, da hat sich diese Ebene auch geklärt. Beziehungsweise geklärt. Wir sind immer noch vor der Stoppuhr. So dass wir... ...den Speedrun schaffen könnten. Aber... Ja... Das machen wir mal explizit. Wenn wir drauf gehen. So... ...verlasse ich mich viel zu sehr. Boah! Außer da drüben. Wenn wir wirklich mal auf den Speedrun gehen, dann müssen wir einfach zum... äh... Bossroom... Sprinten... Ich glaube, wir haben noch voll rein... Alter, was ist denn los? Ich merke, ich habe zu wenig geschlafen. Alter! So. Alter! Normalerweise kann ich eigentlich recht gut dodgen, aber... ...das war jetzt alles. So. Genau das meine ich. Wenn noch ein Gegner übrig ist, dann ist es dem vollkommen egal, ob er sich in uns verliebt hat oder nicht. Der greift uns trotzdem an. Deswegen... ...finde ich die Charming Keys einfach nicht so... ...ultra. So, noch ein Schlüssel. Alter! Ja! Okay! Tough Love Tooth Shot! Ab und zu verschießen wir mal einen... ...Zahn! Sollten wir... Ja, hier zum Beispiel. Und die machen halt extra Damage. Also es ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Überall diese Goldkisten. Ja! Bäh! Hup! So. Oh Mann! Ich will fliegen können! Was da alles in Geld da wäre. Alter! Das ist so fast unmöglich, da zu deutschen bei so vielen Geschossen. Gleich... Alter! Okay, der war lächerlich. Ja! So. Jetzt haben wir einen großen Raum. Mit einem Haufen... Mit einem Haufen... Oh ja! Einen Haufen fliegen. So. Ein Mini Duke of Lies. Nur einer? Wir sehen übrigens ganz, ganz toll aus. Mit zitternden Augen, die geschwollen sind teilweise. Boah. Wir haben drei Wochen. Wir können noch in den... ...Secret Room gehen. Das mache ich mal vorher. Ich will das Geld haben. Wir haben auch zwei Schlüssel. Oh, Geld. Ist ja fast unfassbar. Ich bin fast versucht, hier noch eine aufzumachen. Oh, geil! Bobspray. Das... ...kann uns den... ...einiges kosten, aber... ...ein Soul Converter. Damit könnten wir Soul-Herzen in Herzcontainer umwandeln. Solche Items gibt es, aber leider... ...na ja. Nee. Ich hau hier alles rein. Ich will endlich über die 200 kommen. Und schauen, was dann passiert. Ob wir... ...nein nächstes Store-Upgrade kriegen. Ob es... Ich hab auch gelesen, dass es... ...ähm... ...in der Debatte stand. Uah. Halter! So hässlich ist. Die Hitbox von Gadi ist so lächerlich. Ich hab auch gelesen, dass es... ...ääh... ...Shop-Items geben soll, die... ...ich glaub 20 Münzen teuer sind. Das stand zumindest in der Debatte, in der Entwicklung. Ob es die wirklich gibt, habe ich noch nicht gesehen. Das weiß ich noch nicht. Deshalb will ich das hier unbedingt rausfinden. So. In die nächste Ebene. Wir hätten noch in den... ...Super Secret Room gehen können. Fällt mir... Ach. Egal. So, wir haben Bob's Brain. Wir haben... Au. Little Brimstone. Der war jetzt fies. Den hab ich nicht springen sehen. Da kommt... Ah. Champion! Eine... ...Batterie. Die nehm ich natürlich gerne. Eine Bombe. Die beiden. Ein Soul Heart. Nice. Wow. Geht kaputt. Alle. So. Hier oben ist wieder der Secret Room. Oh, das ging jetzt erstaunlich schnell. Genau das habe ich gemacht. Den verfickten Bob's Brain. Wir haben keinen Schlüssel. Ah. Unfassbar. Man kann sich halt so leicht selbst damagen damit. Das war jetzt aber nicht Bob's Brain. Das war... ...so ne Kackfiege. Okay. So. Jetzt nur noch hier. Haben wir irgendwo einen Zinterdruck? Nö. Ansonsten... ...hätte ich da mal aufgepasst. Und hier drin ging mir das zu schnellstens. Hätte ich rechts mit der Fliege das Teil aufgesprengt. So. Wir haben einen Schlüssel für den Item Room. Für den hier. Und kriegen Taurus dürfte es sein. Ja. Speed Down und Rage Building. Ich bin ja gespannt. Wir haben ganz süße Hörnchen. Die sieht man sogar kaum. Ja. Da unten... ...wird es zum Shop gehen. Aber wir haben... ...leider keinen Schlüssel mehr. Aber wir können hier reingehen. Und... ...100 kriegen. Und wir können hier reingehen. Und... ...gegen Greed Battle. Und... ...massig Münzen kriegen. Aber jetzt keinen Schlüssel haben, um in den Shop zu gehen. Ah. Das ist echt traurig. Monstro 2. Alter, was ich jetzt... Bob Sprayn. Das ist... Das ist ein Kotzen. Genau. Jetzt bleibt unten. Und du triffst mich trotzdem. Ah. Ich kann mir nicht helfen. Dieses... Äh... Mein Unicorn-Effekt ist einfach so zum Kotzen. Es macht zwar Schaden und es ist unverwundbar, aber... Ich stehe mich hier nur mitten in den Schuss rein. So. Jetzt aber. Monstro 2 besiegt. Schon wieder HP ab. Genügend Herzen liegen hier rum. Ich würde aber gerne in einen Shop gehen. Und es gibt nur noch in der nächsten Ebene einen Shop. Ich will meine Münzen loswerden. Und zwar alle. Zumindest, dass wir die 200 vollkriegen. Ich hoffe, dass die Donation Machine so lange durchhält. Ansonsten... Mäh. Hier haben wir sogar eine Arcade. Theoretisch? Wow. Okay. Das kam unerwartet. Ich habe gehofft, dass da nicht die Donation Machine dran ist. Wow. Falls wir nicht... Keinen... Schlüssel kriegen sollten. Was ich jetzt nicht mal so unwahrscheinlich deklariere. Wir kriegen aber viel zu viel Schaden. Alter, diese blöden... Ah, An-An-An-Sauge-Fiecher. Ah, eine Treu-Bombe. Da war eine Karte. Ich habe es gesehen. Leider zu spät. Komm, das machen wir jetzt mal auf Distanz. Da müssen wir gar nicht reingehen zu dem. Gut. Als Schlüssel. Ich freue mich. Ich freue mich. Oh Gott. Oh, oh, oh. Moment, Moment. Edfields Lucky heißt das unter jedem Kackerhaufen. Nein, nicht unter jedem. Aber die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da was drunter ist. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit. Vor allem mit diesem Raum. Vielleicht finden wir noch was Nettes. So was wie ein paar Herzchen. Vor allem will. Will ich tatsächlich den Item-Room opfern? Um in den Shop zu können? Alter, was ist denn das für ein Münzen-Drop? Ich will noch einen Schlüssel haben. Bitte. So, jetzt wieder ein bisschen weniger labern und mehr konzentrieren. Dann funktioniert das auch. Vielleicht gibt es hier aber... Ich habe sogar gewusst, dieses... Ich habe sogar gewusst, dieses... Ich habe es rein. Ah. Ich kriege jetzt auch noch eine Karte. Vielleicht ist ja eines Tour of... Ähm. Nein, nein. Diamonds. So, so viele Münzen. Äh. Tour of Spares. Wenn das Tour of Spares ist, das wäre so cool. Äh. Nicht Spares. Spades. Tour of Spades. Ich komme nicht auf Spares. Quatsch. Joker. Wir können uns... Flügel. Das nehme ich auf jeden Fall. Den Rest da. Der Rest wäre auch so geil. Jetzt können wir nichts in Steam mitnehmen. Ich riskiere es jetzt mal. Wir gehen in den Shop. Es gibt einen Schlüssel zu kaufen. Perfekt. Und nach dem nächsten Runen sollten wir ein hoffentlicher Shop Upgrade 2 sein. So. Schlüssel. Was auch immer die Tasche ist. Fanny Pack. Filled with goodies. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber egal. Einzahlen. So. Upgrade Level 3. Nice. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt ist das Ding voll, natürlich. Aber das heißt im Umkehrschluss, wir können uns dem Bettlerjungen widmen, der sich im Secret Room versteckt hat. So. Hier haben wir nicht aufgesprengt. Wir haben von hier auch nicht aufgesprengt. Wie waren wir in diesem Secret... Ach, nicht im Secret Room. Quatsch. Im Arcade Room war der ja drin. Sorry, mein Fehler. Da. Wir brauchen keine Münzen mehr. Friss und gib uns... ...n HP ab oder... ...irgendwie sowas. Danke. Schlüssel behalte ich mal. Aus dem Grund, weil wir ja noch den Item Room aufschließen wollten. Die sind da. Ich bin gespannt, was wir hier kriegen. Oh. Holy Mantle. Holy Shield. Das ist eines der geilsten Items überhaupt. Wir kriegen... Das regeneriert sich jeden Raum. Jeden Raum haben wir dieses Schild. Und der erste... ...den ersten Treffer, den wir kriegen... ...der macht uns keinen Schaden. Das ist extrem geil. Das kann ich euch auch direkt zeigen. Lalalalalala. Das kann man nämlich sehr, 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 sehr sinnvoll einsetzen. Indem wir hier hinten ja diese Statteltür haben. Okay, wir können fliegen. Das heißt, beim Reingehen kriegen wir so oder so keinen Schaden. Das ist richtig. Aber beim Rausgehen würden wir Schaden kriegen. So, erstmal noch drei Schwarzerzen. Zack. Wir kriegen zwar Schaden, aber verlieren keine Leben. Das wäre das gleiche, wie wenn ich jetzt hier ins Feuer fliege. Einmal. Das Schild ist weg. Aber wir haben trotzdem kein Leben verloren. Und das ist extrem geil. Jetzt können wir auch noch fliegen. Boah, das gefällt mir auf jeden Fall. So, jetzt können wir nicht nur sowas machen. Und Bob's Brain macht uns jetzt auch nicht mehr Impact-Schaden beim ersten Mal. Das Schild hat ja unser... Lulop's auch noch. Und Taurus auch noch. Und... Auf einmal hat sich der Run sehr, sehr, sehr zum Positiven gewendet. Wow. Ah, jetzt sind wir getroffen worden, aber keinen Schaden gekriegt. Toll, oder? Ah, hi. So. Und eine Bombe noch dazu. Ein paar Fledermäuschen. So. Bam. Und... Bam. Okay. Wir waren noch nicht im Secret Room. Das müssen wir noch schnell nachholen. Und dann geht's... Ab. In den Super Secret Room. Und danach zum Boss. Nein, hier. Es ist egal, ich gebe mal Hilfe von... Hier rein. Und den Whipworm, den lasse ich tatsächlich fliegen und nehme tatsächlich den Kackerhaufen mit. Aua. Das hat sich ja gelohnt. Ein paar mehr fliegen. Okay. Wir haben eben noch zwei Schlüssel. Heißt... Moment, wenn wir noch zwei Schlüssel haben. Wir brauchen jetzt dann eigentlich keine Schlüssel mehr. Soll ich das riskieren und wegen zwei Schlüsseln dem... dem... dem Schlüsselbettler-Jungen da unten... was rausrechüksen wollen? Das heißt, ich muss so schön... No Risk, No Fun. Gut, es war klar, dass das jetzt nicht funktioniert. Okay, gut... Jetzt haben wir keine Bomben mehr. Das war Absicht. Erstaunlicherweise... Heißt, ich will mich jetzt nicht mehr auf... auf Secret Rooms dann ablenken lassen... in den unteren Ebenen. Sondern... mich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren... und zwar... Marms Herz zu killen. Ich meine, Marm sollte jetzt kein Problem sein. Die kann sogar einmal auf uns draufstampfen. Das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ja, Isaac, dann... dann stampfen wir doch. Oh, das war... das war unser Schild. Die stampfen viel seltener als... früher. Soll mich nicht stören. Wir kriegen HP ab. Und HP Regeneration, was endgeil ist. Und jetzt geht's ab in die nächste Ebene. Und wir... werden Marms Heart gegenüber treten. Nachdem wir einen... anderen Gegner getötet haben. Der Bomb 1 hier ist ein Miniboss. Skeletonie. Au. Ja, HP ab. Und... Münzen. Und ein Schlüssel. Naja. Gut. Oh, Skelette. Ich hasse Skelette. Ich hasse sie so sehr. Ah, zack. Alter. Ah. Jetzt kriegt man Schaden. Eine Pille. No, bad trip. Natürlich. Okay, wir... Nein, den Kallus ist vollkommen unwichtig gerade. So, eine Bombe. Wir könnten in den Bezickel rumgehen. Machen wir es doch. Ich meine, was soll der Geiz? Nicht mehr Münzen, die wir nie wieder ausgeben können. Da kein Schock mehr da ist. Oh, Mann. Okay, Bob's Brain hat uns zwei Schaden gemacht, aber kein... ...Herzen in Schaden. Noch eine Pille. Speed Up. Yay. Ist das nicht so der Act? So. Ach, shit. Da hat uns das Schild noch einmal gerettet. Alter, ich weiß immer noch nicht, wie man diesen Effekt auslöst, wenn man Taurus hat. So. Ich weiß nur, dass er es tut. Wow. Und dieses Holy Mantle ist auch ultra geil, wenn man die Challenge... ...die Achievements versucht, keinen Schaden in den Ebenen zu kriegen. Ich meine, du kannst dich pro Raum einmal treffen lassen und das zählt nicht. Ich habe beim originalen Bunny of Isaac ganze zwei Jahre gebraucht, um in The Womp... ...keinen Schaden zu kriegen. Da habe ich ganze zwei Jahre für gebraucht. Und in Rebirth hatte ich das wenige Wochen nach Release. Alle in meinem Spielstand, der immer wieder gelöscht wurde. Da hatte ich das. Eben mit diesem Holy Mantle einfach durch die... ...durch Depth und The Womp durchgegangen ohne Schaden. Weil ich im Gebrauch zwar einmal getroffen worden bin, dass er aber nichts gemacht hat. Weil... Ja, das eben ja nicht zählt. Ach, du kannst mich nicht verlangsamen. Ich bin Taurus. So, und jetzt? Okay, das war jetzt dämlich. Da war ich zu lange dran. Jetzt ist unser Schild weg. Ah, aber er auch. Nice. Ein Cube of Meat. Gotta meet them all. Und ein... Wow. Eine Geistfähigkeit, wo wir doch jetzt schon fliegen können. Und ich... Idiot. Warum habe ich mir die Joker-Karte eigentlich nicht bis zum Schluss aufgehoben? Falls wir keinen Devil Room kriegen, dann hätten wir die Chance auf Satan gehabt. Ich bin so dämlich. Okay, mindestens eine von Marns Hands. Ich sage, mindestens eine. Vier. Wieder... Ja, jetzt kommt runter. Jetzt kommt runter. Also, jetzt knapp. So. Wieder Münzen. Ich habe schon so viele Münzen. Das ist so abartig. 70 Münzen. Also, Cain hätten wir früher oder später von selbst freigeschaltet. Da hätte man manchmal echt nicht sparen müssen. Aber das ist auch vollkommen egal. Alter, der Sound ist so creepy. Wenn man den... Weil der einen Unicorn-Effekt hat. 73 Münzen. Naja. Hier unten ist so ein Würfelraum. Ich bin mal gespannt. Was für eine Zahl drin ist? Die 2. Die 2 hat, glaube ich, alle unsere Items verändert. Will ich das riskieren? Wir sind in der Utero 2. Wir können von Marns Herz nicht zurück. Full Health. Will ich das riskieren? Eigentlich... Eigentlich schon. Eigentlich ist es total dämlich. Aber irgendwie würde es mich einfach reizen. Komm, das... 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 Das mach mal einfach. Einfach, weil wir es können und 2 Schleusse dafür ausgegeben haben. Ach, das hat gar nicht unsere Items verändert. Das hat so die Ebene, die... Die Drops verändert. Ist auch okay. Das hat die Drops verändert. Hier lagen doch mal 8 Herzen rum. Ach, okay. Tun immer noch... Gut. Äh... So, wie das ist. Ich muss mir endlich mal irgendwie merken oder rausschreiben, was diese... Diese Würfelräume alles machen. Das wäre interessant zu wissen. Jedes Mal, weil ich... Ich vergesse das jedes Mal wieder aufs Neue. Das mit Törner zu wünschen. Ab zum Marns Herz. Wir sind noch nicht getroffen worden. Das müsst ihr euch mal geben. Jetzt schon. Alter, nein! Und da wurden wir getroffen. Schade. War aber auch wirklich schwer genug gerade. Ich feiere diesen neuen Bossfight so sehr. Ich finde das so toll, dass wir das jetzt endlich ein bisschen stärker gemacht haben. Im Originalteil war das ja... Und wir kriegen keinen... Sorte... Ach, ich hab's so gewusst. Aber wir können die Ebene natürlich noch erkunden. Um vielleicht doch nochmal eine Joker-Karte zu kriegen, dass... Wer weiß. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Denn so schlecht wäre der dann eigentlich nicht. Wir können fliegen. Wir haben einen Blimstar. Wir haben ein Charme-Tier. Äh, okay. Eigentlich sind das alles nicht gerade so Bombe-Items. Wir haben es trotzdem geschafft. Was mich freut. Waaah! Ich will nicht diese Suicide-Bombe einfach nur. So. Kurzer Prozess-Mittling-Kollegen hier. So. Wunderbar. Aufpillen. Full Health. Speed Up. Full Health. Und... Lockdown. Oh, wow. Ja, komm. Nehmen wir mal mit für die letzten Räume. Da kommen wir leider nicht rein. Ein Lockdown-Philip. Auch nicht nochmal. Bei aller Liebe. Hallo, Lil'Gish. Nein, Lil'Gish war was anderes. Entschuldigung. Na, komm her. So. Sieht allerdings schlechter aus mit unserer... Karte. Ah, Last. Ach, das ist kein Thema. Au. Das war jetzt dämlich mit Top-Sprayen. So. Poison-Touch. Ist auch geil. Da können wir jetzt einmal reinlaufen in so ein Vieh. Und es macht uns ganz schade. So kann man sie die Touch-Items echt gut nutzen. Nein. Viel zu spät. Broken Remote. Beim Nutzer ist Baseball-Items wird man random teleportiert. Oh, Mann. Das könnte sogar... Ich weiß nicht, ob das im... 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 Teufelsraum enden kann. Alter, das ist doch gar nicht. Jetzt können wir hier noch fünf Stunden verspenden, um über Catering vielleicht was zu gewinnen. Aber die Münzen werden einfach nicht weniger. Das ist das Problem. Ah. Oh, Mann. Ich würde gerne noch was spenden. Toll. Jetzt haben wir eine 50 Blei. Und da ist ihr Kollege kaputt. Eine Pille. Bad Trip. Okay. Was haben wir noch? Bombs-Arkis. Bei 5,5 ist das auch so der Burner. Das machen wir jetzt einfach so. Nehmen wir uns noch eine Bomber-Arkis. Nein, das ist wie Down-Blender. Wir gehen zur Kiste, geben uns das Ending und... Ja. Weil ich die Karte nicht mitgenommen habe, ich trottel. Naja. Egal. Wir schaffen den Satan-Killer auf jeden Fall. Ein andermal noch. Es gibt ja irgendwann eine Zeit, wo wir hundertprozentig in die nächsten Ebenen können. Jetzt müssen wir das jetzt erstmal zehnmal besiegen. Erst dann schalten wir das frei. Vorausgesetzt ist es so wie im ersten Teil. Egal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ending und danach hören wir uns nochmal kurz. Binding of Isaac, Rebirth, Development Staff, Edmund Reck, Milne, Tyron, Victor Rodriguez, Seymour, Patzer, Jeremy Stephens, Matt Cap, Adrian, Gurl... Scheiße. Das sind zu viele Namen. Egal. Ja, Matthias Bossi. Ja, die zwei Typen, die für die Trailer verantwortlich waren. Die Trailer von Binding of Isaac, Rebirth. Keine Ahnung, ob ihr die gesehen habt, aber die sind krank. Die Wire-Coat-Hänger haben wir gerade freigeschaltet. Und ich bedanke mich herzlichst fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann nächste Woche Samstag wieder zu The Binding of Isaac, Rebirth. Bis dem Wochenende auf meinem Kanal. Irgendwann wird es wahrscheinlich jeden Tag eine Folge geben. Das sehe ich schon kommen. Dann, wenn ich mal genug mehr Zeit zum Aufnehmen habe. Die Folgen gestern sind auch etwas spät online gekommen. Ich weiß. Aber ich bin einfach die ganze Woche nicht zum Aufnehmen gekommen, weil ich einfach viel zu viel Zeug für die Uni machen musste. Deshalb so kurzfristig nur die Aufnahme. Und auch zu lang hat das Rendern gedauert und das Hochladen. Naja. Egal. Jetzt ist das Semester bald rum. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit für Aufnahmen. Aber bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Eine traumhafte Woche, falls ihr erst wieder am Samstag rechnen wollt. Auch kein Problem. Aber ihr könnt auch gerne mal zur Zeit läuft The Critter Chronicles. Die Standalone-Weiterung von The Book of Unwritten Tales, dem ersten Teil. Spielt chronologisch vor dem ersten Teil. Deshalb gibt es den zuerst. Auf jeden Fall könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis nächste Woche oder morgen bei einem anderen Projekt. Bis dahin, Leute. Ciao.